Was ich jetzt sage, darf diesen Raum nicht verlassen. Wissen Sie, wer Vicente Cortez ist? Ja, er ist der oberste Boss des Kartells. Er ist bekannt als die Bank von Bogotá, der Kredithai, der Blutsauger, der Halsabschneider, H.O.P.O., der Schlechter. Okay, okay, okay. Morgen früh, eskortieren Sie unsere Zeuge nach Dallas, damit sie gegen Cortez aussagen kann. Mrs. Reaver, wir müssen jetzt los. Sehen Sie sich an, Sie sind winzig klein, wie ein kleines Findchen, das in meine Handtasche passt. Aber Cortez hat bisher jeden unserer Zeugen umgelegt. Sie sind in Gefahr, man. Das wird schon alles wieder. Was ist mit meinem Ehemann? Alles außer Ihrem Ehemann wird schon wieder. Sie müssen mich ja nicht mögen, aber mit mir haben Sie die beste Überlebenschance. Was zur Hölle ist das für ein weißes Zeug? Fragpulver! Ich rufe die Polizei. Nein, ich bin die verdammte Polizei. Sehen Sie, Sie dürfen gehen. Aber ich habe Ihren Wagen geschrotten. Ich sagte, Sie dürfen gehen! Dieser Unfall hat mich total aufgeputscht. Die haben uns verarscht, auf uns geschossen und uns gejagt. Officer Cooper ist ungefähr 1,50 Meter groß. Ach, im Ernst? Die andere Verdächtige ist eine 45 Jahre alt. Ein von Werden. Wir müssen für ein paar Stunden untertauchen. Und, können Sie uns dabei helfen? Ihr Lächeln gefällt mir. Sie wissen gar nichts über mich. Ich habe Ihre Unterwäsche gesehen. Ich habe es gern anständig bedeckt. Sie ist keine Unterwäsche, das ist eine Windel. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Sie wollten mich mit so einer Lesben-Nummer anmachen. Ich bin die der Geliebte. Oh, klar! Aber ich bin Chris, deswegen war ich daran nicht interessiert. Randy? Oh, Penis! Oh mein Gott, Penis! Ich werde mir was sagen. Officer Cooper ist 1,45 Meter. Ich bin 1,57 Meter. Du bist für Begleitung einer 50-jährigen Tatverdächtigte. Trüftig! Findet sie. Wir müssen aus diesem Wagen raus, sonst töten die uns beide. Spiel einfach mit. Mrs. Reaver hat gerade mit einem gewissen Frauenproblem zu kämpfen. Können Sie es nicht einfach anhalten? Nein, das ist so. Einmal im Monat scheidet mein Uto durch seine Schleimhaut aus. Er scheidet sie aus. Und schwemmt die Eier dadurch runter in den Kuhn. Oh mein Gott! Sie sprechen Spanisch? Callate tu boca! Ja, chiquitita. Tu boca muy gorda. Simplona.